Nach diesem Pizzakuchen braucht man natürlich auch einen köstlichen Nachtisch. Wie wäre es mit etwas Italienischem? Mit einem Tiramisu, mit köstlichem Lemon Curd. Das ist so richtig schön frisch. Ist gar nicht schwer. So einfach ist es gemacht. Aus Mascarpone, Quark, Löffelbiskuit, Lemon Curd, Vanillelikör, Zitrone, Eiernzucker und Vanillezucker. Zuerst die Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker sowie Mascarpone, Quark, Zitronensaft und Abrieb cremig rühren. Das Eiweiß schön steif schlagen und unter die Mascarpone-Masse heben. Das Lemon Curd dann klecksweise hinzufügen und alles gut vermischen. Löffelbiskuits zerkleinern, auf Dessertgläser verteilen und mit Likör beträufeln. Creme drauf, das Ganze wiederholen und mit Zitronenzesten und Pistazienkernen garnieren.